Ich will die Demokratie nicht entlasten, sondern ich will sie eigentlich eher belasten, mit Inhalten und mit ihrem eigenen Sinn. Die Volksabstimmung ist in diesem Kontext eigentlich nichts anderes als ein Instrument unter vielen Instrumenten, wenn auch ein sehr wichtiges Instrument, weil durch die Volksabstimmung ja direkt durch jedes einzelne Stimme eine Entscheidung getroffen wird. Eine verbindliche, für alle verbindliche Entscheidung über Mehrheitsbeschluss. Aber damit sind wir genau schon an dem Punkt. Ich glaube nicht, dass man die Demokratie hinreichend mit dem Begriff Herrschaft der Mehrheit wirklich erfasst. Vielmehr glaube ich, dass die Demokratie dadurch immer äußerlicher gefasst wird. Also in dem Moment quantitativ. Natürlich ist das schon richtig mit der Mehrheit. Aber ich glaube, daraus bekommt die Demokratie keine wirkliche Energie. Die Energie kommt aus einer inneren Beschreibung der Demokratie. Und die innere Beschreibung der Demokratie lautet Gleichberechtigung. Das heißt, jeder Mensch hier auf dieser Erde ist mit anderen Menschen gleichberechtigt. Und das ist der wirkliche innere Grund der Demokratie. Wenn Demokratie immer nur äußerlich beschrieben wird als Herrschaft der Mehrheit, dann verliert man ja die Lust da dran. Dann ist das ja nachher nichts anderes als eine Massenerscheinung. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die menschlichen Seelen sich davon innerlich gelangweilt abkehren und sich auch nichts mehr davon versprechen. Wir müssen zurück, wir müssen wirklich auf den Ursprung der Demokratie, nämlich auf die innere Idee der Gleichberechtigung. Und diese Gleichberechtigung führt dann überhaupt erst zu der Frage nach der Quelle, also wo Entscheidungen denn überhaupt begründet werden. Nicht, was da bei Entscheidungen herauskommt, sondern erstmal, wo wird denn eine Entscheidung überhaupt begründet? Und sie kann natürlich nur in jedem einzelnen Ich begründet werden. Das ist ganz entscheidend. Und deswegen ist der Punkt des Einzelnen und innerhalb des Einzelnen sogar noch der Punkt, wo ich Ich bin, wo ich einzigartig bin, das ist der Punkt, wo für mich eine Entscheidungsgrundlage entsteht und nirgendwo sonst. Und den Blick auf dieses Innere, auf dieses Ich zu lenken, ist meines Erachtens die Frage nach der Quelle, woher denn eine Entscheidung überhaupt kommen kann. Und die Frage nach der Quelle ist die Frage nach der Energie. Damit also auch nach der Motivation, nach der inneren Begründung der Demokratie und deswegen direkte Demokratie, direkt in jedem Einzelnen begründet. Und nicht weiter immer nur delegierbar auf eine höhere Ebene, in der ich persönlich nicht mehr zuständig bin, wo ich dann andere für zuständig erkläre, die es aber eigentlich auch nicht sind. Man muss einfach sehen, dass der Parlamentarismus und die Parteiendemokratie auslaufen. Die funktionieren nicht mehr. Sie liefern keine wirkliche Motivation mehr, keine Energie mehr, keine Lust mehr. Und sie ist sozusagen eine Stufe, die um die nächste jetzt anliegende Stufe erweitert werden muss. Wir müssen jetzt in der Frage der Demokratie eine Stufe weiterkommen, uns weiterentwickeln, auch innerlich weiterentwickeln in die direkte Demokratie. Und nur dann wird die Demokratie auch wieder eine Art von wirklicher innerer Motivation sein. Und übrigens jedem Menschen vermittelbar. Solange das nicht der Fall ist, wird die Demokratie oder der Name, der dafür benutzt wird, für Systeme, die in Wirklichkeit aber schon gar keine wirklichen Demokratien mehr sind, sondern im Grunde genommen Parteienherrschaften. Man könnte schon fast sagen, Parteien, Diktaturen, also Fremdbestimmungen, dass dann die Demokratie zu Ende ist, dass sie abstirbt. Und das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Also wenn es um die Demokratie geht, müssen wir sie jetzt wirklich erneuern um die nächste Entwicklungsstufe. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber es ist auf jeden Fall in sich selber stimmig. Und darauf müssen wir jetzt immer mehr kommen. Wir müssen uns gegenseitig dazu verhelfen. Und diese Frage der Gleichberechtigung ist eben keine, die man einfach nur verordnen kann, per System, sondern die Gleichberechtigung kann man nur dadurch entwickeln, indem man sie dem Anderen schenkt. Sie muss sozusagen von jedem erzeugt werden, damit der Andere an ihr teil hat. Das ist eigentlich der Sinn und das Wesen der Demokratie. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt, ganz aktuell. Ausgabe struggling, ganz aktuell.